ja moin moin leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen kalendertag heute ein bisschen später weil ich gestern eingepennt bin und ich das gerade hier um sieben morgens heute möchten wir gerne den zweiten oder das zweite türchen öffnen das werden wir auch machen vorher zeige ich euch noch mal wo gestern der kiefer steckt war ich blende das jetzt hier mal kurz ein da habe ich den kiefer steckt mal gucken wo ich den heute verstecken werde lasst euch überraschen und weil ich auch gleich schon los muss würde ich sagen bei uns mit türchen nummer zwei ab dafür so tierchen nummer zwei öffnet sich jetzt und da sehen wir wieder den halben die den anderen müsst ihr finden gestern hat etienne stotterley stotterley war das richtig glaube schon das spiel gefunden und ja ich hoffe heute findet mal jemand anderes das spiel hauen rein euer zero bis 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 bis